Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Ich habe mir jetzt mal überlegt, wir spielen zusammen Farlight Explorers. Ich werde mal gucken, dass ich so ein bisschen was über das Spiel erkläre oder erzähle, weil so viel weiß ich davon auch noch nicht. Also fangen wir mal an. Natürlich eine neue Welt und da sieht man schon, es gibt vier verschiedene Spielmodi und die sind auch gestern oder heute erst implementiert worden. Am Anfang gab es den klassischen Builder Mode, also Classic Mode und Builder Mode und jetzt sind dazu noch gekommen Survival und Peaceful. Es sind auch Enemies inzwischen integriert, die gab es vorher auch nicht und ich denke wir starten mal mit dem Classic Mode, weil da muss man auch selber die Materialien sammeln, muss gucken, dass man überlebt. Es gibt Enemies und naja, starten wir mal. So, hier ist so ein bisschen das Tutorial, dann kann man sich durchlesen, wofür was ist und so. Natürlich ist es bisher noch auf Englisch, aber ich denke mal, oder kurz über lang wird es auch auf jeden Fall, wenn nicht von den Entwicklern, dann auf jeden Fall können Unity noch lokalisiert werden. Aber suchen wir uns mal einfach so eine Galaxie aus. Das ist hier so eine Art Milchstraße, wo man jetzt in hier diversen Galaxien rein kann und dort, wenn man da reinkommt, sieht man auch verschiedene, wie komme ich jetzt da rein? Da, verschiedene Planeten und wenn man die Planeten wiederum anklickt, dann kriegt man Informationen, zum Beispiel welche verfügbaren Mineralien dort sind und so weiter und so fort. Am Anfang ist natürlich wichtig, Eisen, Kupfer, Kohle und natürlich Wasser. Hier sehen wir schon, Level of Water very low, das heißt, wir werden Probleme kriegen, hier Wasser zu finden, aber es ist ja nicht, also das Leben ist ja kein Wunschkonzert, also geht's mal los. So, und ihr seht schon, wir sind in einem recht dunklen Ort gelandet. Und als erstes, was wir machen, also kurz gesagt, wir sind mit unserer Kapsel abgestürzt und haben eigentlich so gut wie nichts. Wir sehen hier, unser Inventar ist leer, jetzt haben wir in unserer Kapsel halt ein paar Sachen. Klicken wir andrücken F und dann haben wir einmal so einen Laserbohrer, ein bisschen Eisenbarren, ein paar Kupferbarren, ein bisschen Kupfererz, Kohlererz, Stahl, ein bisschen... Sauerstoff, ein bisschen Essen und ein bisschen Eisen. So. Und wie ihr schon seht, haben wir unten links eine Anzeige, einmal unser Schild, unsere Gesundheit, Sauerstoff und Food. Und das Problem ist, wenn Food oder Sauerstoff zu Neige gehen, haben wir immer noch rechts unten die Möglichkeit, von dem, was wir da haben, zu benutzen. Und wenn das auch zu Neige geht, ja, dann haben wir natürlich ein großes Problem. Dann könnte es sein, dass wir sterben. So, mit diesem Drilling-Tool können wir, wenn wir Erzadern finden, die erstmal abbauen. Da vorne haben wir schon mal eine Erzader. Iron. Und da fangen wir jetzt nochmal an, so ein bisschen Eisen zu fangen. Und wie ich schon gerade gesagt habe, wir sind abgestürzt auf diesen Planeten und haben auch nur ein paar Ressourcen. Und unsere Aufgabe wird es sein, von diesen Planeten wieder zu verschwinden oder andere Planeten zu besiedeln, weil jeder Planet seine eigenen Rohstoffe hat, seine eigene Vegetation und so weiter und so weiter. Am Anfang gucken wir erstmal, dass wir auf jeden Fall Luft und Essen generieren können, da wir dann auf jeden Fall so einen kleinen Vorteil haben. Ohne Luft lebt sich schlecht. Und wir sehen schon mal, die erste Gefahr des Spiels sind immer wieder diese sogenannten Asteroiden oder Kometen, die immer auf die Erde stürzen oder was für ein Planet das ist. Denn der zerstört das, was wir gebaut haben. Und dann kommen wir eigentlich zum wesentlichen Teil dieses Spiels, das sogenannte Crafting. Über I kommt man ins Inventar und dann kann man hier schon gucken, was man alles bauen kann. Wir fangen mal an mit Structure und Foundation, weil wir bauen eigentlich alles, was wir so bauen, auf sogenannten Platten. Wird auch direkt generiert, also hat keine Bauzeit. Und dann positionieren wir das mal direkt hier am Wasser. Und mit C haben wir so eine Art Booster-Modus, da können wir so ein bisschen rumfliegen. Fangen wir mal an, hier so ein paar Platten zu bauen. Ist ja nie verkehrt. Und was als erstes natürlich wichtig ist, ist Strom. Dafür brauchen wir natürlich noch mal ein bisschen Eisenerz. Und das wird eigentlich am Anfang unserer Hauptbeschäftigung sein, dass wir gucken, dass wir Rohstoffe sind. Erz, Kupfer, Kohle. Um, dass wir dann so ein funktionierendes, äh, wie soll man sagen, quasi eine Infrastruktur aufbauen. Von Essen, Trinken und auch, ja, Luft. Trinken brauchen wir eigentlich gar nicht. Oder auch Strom. Und damit beschäftigen wir uns jetzt einfach. Wum. Also das letzte Mal, wo ich gespielt habe, da waren die Bäume noch nicht da. Das Ganze sah auch ein bisschen karger aus. Und jetzt haben sie ja auch noch Feinde integriert. Da bin ich mal gespannt, wie das so aussieht. Wollen wir mal gucken, ob wir jetzt inzwischen mal schon mal eine Wasserpumpe bauen können. Das ist unter Subway, also Versorgung. Da haben wir Elektrizität, Food, Sauerstoff, Wasser, Öl, Treibstoff, Petrochemisch, Säure. Wenn wir da draufklicken, dann kommt immer ein Untermenü. Zum Beispiel Water, da haben wir die Wasserpumpe. Wasser, äh, Rohre auch noch in verschiedenen Auswirkungen. Auch Tanks oder Deepwater Pump. Da können wir mal mit einer Wasserpumpe. Das braucht fünf Eisenerz und die haben wir natürlich. Zack, haben wir schon mal eine Wasserpumpe. Die positionieren wir auch dann. Gut. Wichtig dabei ist zu beachten, oh, warum sind die jetzt so tief? Also, dass die, äh, nicht auf ein Plateau, sondern direkt im Wasser gesetzt wird. Ich weiß nicht, letztes Mal ging das nämlich sonst nicht. Aber auf jeden Fall. Und da sehen wir schon, das Symbol, es hat keinen Strom. Und auch hier sieht man auch zwei Anschlüsse. Einmal einen Wasseranschluss, wo das, was es pumpt, ausfördert. Und hier den elektrischen Eingang, wo wir auf jeden Fall gucken müssen, dass wir denen jetzt erstmal so ein bisschen Strom geben. Dafür brauchen wir mal wieder so ein paar, ähm, Foundations. Das Game, das ist noch in der Beta-Phase. Das kann man sich derzeit bei Steam kaufen und, äh, scheint wohl auch eine enge Anbindung zu der Community zu haben. Also, Vorschläge werden da wirklich gesammelt und, äh, geguckt, ob man die überhaupt realisieren kann. Einige Sachen sind auch schon realisiert worden, was die Community so vorgeschlagen hat. Und was momentan, so wie ich es jetzt gesehen habe, oder als ich im Forum unterwegs war, scheint wohl so zu sein, dass sie momentan dabei sind, die ganze Engine umzuschreiben. Jetzt sind sie, glaub ich, auf eine Unreal 4 Engine gegangen. Und deswegen sind einige Sachen, die schon im Spiel waren, wieder rausgenommen worden. Also, letztes Mal konnte ich zum Beispiel keine Forschung nehmen und so. Aber wollen wir mal sehen, wie weit das sich jetzt entwickelt hat. Und wenn man jetzt hier guckt, Oxygen geht langsam runter. Also, geh ich auf das Oxygen-Button und OKG. Dadurch erhöht sich erstmal um 20 die Luft. So, wir waren dabei, ja, ein bisschen Strom zu machen. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Subly, Electricity. Ein Solargenerator braucht 10 Kupferer und 10 Eisenherz. Die fahren wir nochmal. Mit C aktiviert man, wie ich schon gesagt habe, den Booster. Den kann man auch wieder an- und ausmachen. Ganz mit C. Ist das Wort Eisen? Jo. Da sieht man auch jetzt, wie viel Vorkommen diese Erzada jetzt hat. Wenn die aufgebraucht wird, die sind natürlich weg. Ach ja, das ist auch noch eine Besonderheit des Spiels, wie ihr gerade seht. Es gibt keinen wirklichen, äh, wie soll man sagen, keinen wirklichen Übergang zwischen Tag und Nacht, sondern es wird von jetzt auf gleich einfach gewöhnt. Das macht man ein bisschen gewöhnungsbedürftig und stört natürlich extrem bei der Orientierung. Das ist leider so ein bisschen, wo mir die Komfortfunktion so ein bisschen fehlt. Da man jetzt wirklich anfangen muss, gleich alles per Hand zu verbinden. Das nervt so ein bisschen. So, jetzt haben wir hier den Ausgang. Also platziere ich den jetzt mal hier. So, jetzt zack. Kann man dann auch drehen, die Leitung, dass sie passt. Dabei ist immer so ein bisschen Fummelfunktion. Und wenn man wirklich da anfängt, enorme Sachen zu bauen, dauert das alles so ein bisschen. So, jetzt haben wir den mit der Pumpe verbunden. Wie ihr seht, passiert nichts, da es ein Solarding ist. Und wir haben gerade ein bisschen Nacht. Deswegen passiert da jetzt nichts. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir jetzt anfangen, so ein bisschen Luft zu generieren. Können wir auch schon mal bauen. Erstmal, dass die Grundversorgung entsteht. Dann können wir uns ja immer noch um andere Sachen kümmern. Mit R dreht man die Sachen. Und wir können natürlich sehen, dass man das Ganze auch jetzt wieder miteinander verbindet. Water, ein bisschen Waterpipe, ein paar Curved Waterpipes. Und die sehen sich der, also die sehen den elektrischen Sachen natürlich ein bisschen ähnlich. Und die kann man auch miteinander verbinden. Und deswegen kommen da auch manchmal so Probleme, wenn man irgendwann zwischendurch einfach mal eine Wasserleitung in den elektrischen Sachen und wundert sich, dass da nichts läuft. Ja, ja, ist halt so. So, zack. Verbinden und schon haben wir den Tag. Jetzt muss man natürlich sehen, dass wir hier auch noch Strom hinkriegen. Jetzt gehen wir da rein, Subway, Electricity. Und jetzt gibt es so eine tolle Sache hier, Electric T-Junction. Dadurch haben wir jetzt nochmal einen Abgang mehr. Können wir das Ganze jetzt auch noch damit verbinden. So. Wenn man einen anklickt, auf Entfernen, hat man es wieder in den Inventar. So, zack. Da ist echt manchmal so ein bisschen Fummel dabei. So, ihr seht, das elektrische Symbol ist verschwunden. Die Kollektoren, die richten sich, das ist auch ganz witzig, immer nach der Sonne aus. Und was ist, wir kriegen noch keine Luft, da uns ein Dispender fehlt. Gehen wir hin, Subway, Oxygen und Dispender. Zack. So, und jetzt, wenn wir in der Nähe sind, seht ihr unten links, die Oxygen-Anzeige füllt sich. Damit haben wir schon mal das erste Problem gelöst, jetzt fehlt nur noch Food. Okay, Food, Food, Food. Können wir mal gucken, was das braucht. Food-Generator. Self-Iron-Ingots. Ja, aber Ingot haben wir noch gar nicht so viele. Können wir noch gar nicht herstellen. Dann gucken wir mal. Erstmal wieder so ein bisschen Herzammel. Und hier kommen auch dann schon die ersten Parallelen zu einem sehr, äh, wie soll man sagen, populären Spiel derzeit, nämlich Factorio. Denn irgendwann will man ja nicht mehr selber hier durch die Gegend reisen und mühsam das ganze Erz abfahren, sondern man hat die Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren. Das werde ich euch auch noch nach und nach zeigen. Allerdings dauert es natürlich auch, bis man das Ganze jetzt soweit hat. Das Erz alles automatisch läuft und so. Ach, guck mal, da haben wir auch eine Kohleader. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Direkt um die Ecke. So. Natürlich müssen wir jetzt sehen, dass wir wieder so ein paar mehr äh, Foundations setzen. Ups, falsch. Oh, nicht jetzt. Structure, Foundation. Und wenn die, äh, Asteroiden oder Meteoriden oder was immer man dazu sagt, jetzt auf, äh, unsere Gebäude fallen, dann sind diese Gebäude kaputt. Und deswegen kann man Geschutztürme setzen, die das Ganze dann abfangen. Aber soweit sind wir noch nicht. Die brauchen auch vor allen Dingen extrem viel Energie. Momentan sind wir ja wirklich dabei, unser absolutes Grundgerüst erstmal zu setzen. So, können wir da ein bisschen Luft haben. Essen auch mal ein bisschen. Ja, dann kann man irgendwann mal, wenn man so ein bisschen weiter ist, die ersten Sachen sich automatisiert haben. Kann auch rumgucken. Vielleicht findet man irgendwo einzelne Adern, wo dann doch andere Sachen sind. Leuterium oder was. Oder Sulfate. Um die abzubauen. Oder vielleicht auch Rohöl, um Plastik herzustellen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Zack. Ja, wir wollten jetzt erstmal anfangen. Subly, Food. Ups. Food-Generator. Zack, der ist ziemlich groß. Wo ist es jetzt nicht geplant. Wir setzen ihn mal hier hin. Das sehen wir. Die brauchen auch Wasser und Strom. Also verbinden wir das Ganze mal wieder. Und wir sehen, Kupfer haben wir momentan ein bisschen wenig. Da müssen wir gucken, dass wir ein bisschen Kupfer finden, um die Möglichkeit haben, noch mehr Kabel herzustellen. Also Eisen. Das wäre auch, glaube ich, Eisen. Ja, das ist auch Eisen. Ja, hier. Kupfer. Perfekt. Alles schön nah. Das freut sich da tun. Also, bauen wir ein bisschen Kupfer ab. Kann ja nie schaden, ne? Also, hier geht's ja richtig ab hier mit den Kometen. Sehen wir auch direkt das Symbol. Er braucht definitiv Wasser. Wollen wir uns auch drum kümmern. Aber eins nach dem anderen. Wir sehen mal, wo wir ein Dings hin. T-Junction. Electricity. T-Junction. Z-Junction. Gucken wir jetzt, was wir hier benennen. Okay. Ups. Da hat er eigentlich gekannt. So, jetzt kommt Waterpipes. So, jetzt gehen wir mal weg, jetzt kommen die aneinander, zack, Subway, Water, T-Junction, Nishan, und natürlich ein Curve-Bomb, den hintermacht. So, das müssen wir erreichen. Dann nehmen wir den mal hier auseinander. Aber hier, da kommen wir mit denen weg. So, zack. Mit T kann man den auch in eine andere Richtung drehen, sodass er mal oben geht. Können wir nämlich jetzt anfangen, das Ganze über eine andere Ebene noch zu setzen. Ja, das ist schon ein Problem hier, ich habe mich festgehabt. Das kommt leider auch ab und zu vor. Nicht wahrscheinlich. Das ist die Komfortfunktion, die mir so ein bisschen fehlt. Weil das ist wirklich manchmal, wenn man anfängt da extrem viele Sachen miteinander zu verbinden, kann schon sehr nerven. Ich glaube, man hatte auch mal die Möglichkeit, die ganzen verschiedenen Sachen einzufärben, das geht wohl nicht mehr. So. Mal gucken, ob ich den hier auch noch nach oben fänge. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Und jetzt lasse ich den jetzt nochmal. Achso, genau. Mit Y kann man dann noch ne Rotation machen. Uuund... Ja, wir sind zu hoch gekommen jetzt schon. Vielen Dank. So, damit ist das auch verbunden und unser Food-Generator fängt an zu arbeiten. Wenn wir den jetzt anklicken und dann F drücken, dann haben wir ein Out-Fenster und da wird dann, so wie hier unten auch ist, Food generiert. Und das können wir uns dann bei Bedarf einfach abholen. Weil wir jetzt ein Problem haben, dass wir nur eigentlich nachts hier gar nichts davon haben, können wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt vielleicht ein paar Batterien setzen. Und das Subway. So, Basic-Batterie. Zwei Stück. Hier wird dann überschützige Energie dort eingelagert und kann dann bei Bedarf nachts dann wieder abgerufen werden. So, zack, zack. Natürlich brauchen wir jetzt wieder an Kabel, dann packen wir die Wasserleitung weg. So. So. Nicht geplant. So, damit sind die Batterien verbunden. Wir sehen, dass die nicht laden. 1.500 generieren wir, 900 brauchen wir. Das heißt, eigentlich müssen wir anfangen, so ein bisschen den Essen zu laden. Aber nun gut. Das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt, so ein bisschen in dieses Spiel reinzublicken. Und mal gucken. Vielleicht sehen wir uns ja dann bei der nächsten Folge. совершen. Vielen Dank.